13. Ohne Wiederkehr spricht wer da? Quakt diesmals finnisch in sein Mikro? Die Antwort folgt sofort ein Blendstrahl direkt ins Cockpit. Hinlei reicht's jetzt bis zum Hals. Er reibt sich die Augen. Auch wenn sie das mit Nialen Erse heute vergessen können, so bleibt immer noch die Flucht. Wespley ist wendig. Und Hinlei ein ausgezeichneter Pilot? Er schnallt sich an. Doch auch Harold ist bereits im Raze-Modus. Er wartet nur auf die erste Aktion seines Gegners. Da Hinlei taucht ab, versucht an Harold vorbei wieder zurück Richtung Trevi zu gelangen. Dieser reißt sein Schiff herum. Wohl spät jagt er hinter seiner Beute her. Weil er keine Laserwaffen an Bord hat, und sein Strahl nur von vorne blendet, versucht er den armen Wespley zu überholen. Dieser schlägt derweil Haken wie ein flüchtendes Kaninchen. Harold ist zu allem bereit. Er holt auf, und rammt das Heck des Ausreißers. Sphinus schreit auf, Wespley wird aus der Bahn geworfen. Mit einem gekonnten Manöver platziert sich Harold erneut zwischen ihm und dem Planet. Sein Laserprinter ärgert Hinlei erneut. Er hält eine Hand vor Augen, und kontrolliert den Bordcomputer. Glück im Unglück, sein Schiff hat nur eine Schramme abbekommen. Zweiter Ausbruchsversuch. Diesmal ist Hinlei schlauer. Er lässt seinen guten alten Wespley per Antikollisionssoftware das feindliche Schiff analysieren. Zum Glück ist ihm dieser Kniff eben eingefallen. Harold hat nun keine Chance mehr, ihn zu rammen. Hinlei wehrt sich. Geschickt taucht Wespley immer wieder ab, rast weiter Richtung Heimat. Aber wohin dann? Lyporo? Auf keinen Fall. Nach Osten. Ja, Xonburi, sobald Zeit ist, den Navi zu programmieren. Harold hat nun tatsächlich schlechte Karten. Seine Aktion droht zu scheitern. Verzweifelt sucht er nach einer neuen Strategie, da erweist sich sein zugegeben eher wenig beschlagener Co-Pilot Gorzitzka als hilfreich. Er fordert erneute Unterstützung an. Pech für Hinlei. Schon wieder zwei Punkte im Radar. Mielklasse direkt voraus. Der Schuss taucht und vermittelt auf. Ein Streifschuss. Außen, neben dem Turb. Hier im Raum weniger gefährlich als im Luftraum, dennoch eine Warnung. Hinlei zieht nach oben, überschlägt sich nach hinten. Harold schleudelt fast mit seinem Rokta in seine Verbündeten. Er sprengt sie auseinander. Also andere Richtung weiter nach draußen. Hinlei hat einen Vorsprung. Er sieht auf dem Schirm Harold aufholen. Die beiden Mielschiffe fallen leicht zurück. Ihre Bewaffnung macht sie etwas langsamer als Hinlei's modernen Stacks. Harold's nagelneuer Stacks 2 Rokta, bleibt ihm jedoch auf fest den Fersen. Mehr noch, er holt auf, ist sogar etwas flotter. Wohin jetzt? Der Rückweg ist abgeschnitten. Der nächste Lasertreffer eventuell fatal. Wesblei aufgeben? Niemals. Also weiter in den Raum. Sein Turb ist vorbetankt. Er weiß aus dem Kollegeunterricht, dass die Militärschiffe eine geringere Reichweite haben. Diese sollen ja nur den Orbit verteidigen. Eventuell hat er Glück. Und auch Harold muss bald die Segel streichen. Links unten ist bereits der Ex im satten Blau zu erkennen. Hinlei verschwendet keinen Gedanken an Landung, die wegen der Feinde viel zu riskant wäre. Er rast stattdessen weiter raus in die Nacht des Rasystems. Die Minuten vergehen. Immer noch sitzen die Verfolger ihnen im Nacken. Harold hält derweil seinen Abstand. Komisch denkt sich Hinlei. Dann endlich, wie erwartet, fallen Harold's Helfer zurück. Sie sind anscheinend pleite, ihr Ultrosinn betreffend. Auch Hinlei wirft einen Blick auf seinen Tank. 40% sind mittlerweile rausgefeuert. Das Impulsprinzip ist grausam. Sfinnisch ist verzweifelt. Er hat totalen Kommunikationsausfall, bekommt keine Verbindung, zu irgendjemand. Er beklopft seinen Korn. Das ist bestimmt ein Störsender von unserem Freund Harold mutmaß. Hinlei wahrscheinlich bekommen wir wieder ein Signal, wenn wir ihn endlich abgehängt haben. Sfinnisch, weißt du was das heißt? Ängstlich dreht Sfinnisch den Kopf. Bang schaut er seinen besten Freund an. Ja Sfinnisch knurrt dieser zurück. Wir gehen raus hinter den Punkt ohne Wiederkehr. Nachdem Harold abgedreht ist, funken wir um Hilfe. Zögernd und zähneklappern signalisiert der junge Ruba schließlich seine Zustimmung. An Bord seines Feindes ist man noch ruhig. Harold hat bekanntlich die neueste, zweite Generation der Stacks-Klasse von seiner Mutter zum 15. bekommen. Diese übertrifft den armen Wespler um 10% Reichweite. Seltsam murmelt Harold von West ab jetzt gibt er Gas. Wo will er hin? Zum Atib. Ich bleib dran sagt er abschließend. An Bord des Wespler leuchtet mittlerweile eine weitere Kontrolllampe mehr als die zwei Drittel des Ultrasines ist nun verbraucht. Der letzte Punkt der Wiederkehr zum Elks ist somit überschritten. Auch Harold wird langsam mulmig der Macht tatsächlich keine Anstalten anzuhalten. Ist er noch bei Trost? Direkter Kurs zum Gasriesenkack bei Gottshützka schluckt. Auch ihre Spritvorräte gehen nun zur Neige. Nur noch 2% trennen sie vor dem Punkt ohne jegliche Wiederkehr. Weit draußen sind sie. 1% Lichtgeschwindigkeit trägt schnell. So ein Spazettort ist ein toller Antrieb. Tatsächlich sind beide dem unbewohnten Gasriesen deutlich näher als dem äußersten besiedelten Planeten, dem wasserbedeckten Ex, Heimat der Emit. Schließlich lässt sich Harold zurückfallen. Hinlei bemerkt dies sofort. Mehrere Dinge sind somit klar. Erstens Harold hat aus irgendwelchen Gründen mehr Sprit an Bord. Zweitens der Ex ist unerreichbar. Harold versperrt den Weg, mit unbekannt mehr Reichweite. Ausweichmanöver. Vergessen. Braucht zu viel Energie. Außerdem und viel gewichtiger dazu, könnten Harolds Freunde nochmal auftauchen bzw. andere direkt vom Wasserplaneten angefunkt werden. Hinlei fasst den Entschluss raus zum Atib, tief in das Planetensystem des Ra. Sobald Harolds Störsender abklingt wird ein Notruf abgesetzt. Er weiß auch schon genau zu wem Kichikokoyama-Petschabon. Da, es passiert, Harold stoppt, Impuls Null und wartet. Argwöhnisch betrachtet Hinlei seinen Korn. Immer noch kein Netz. Harolds Schiff verschwindet vom Schirm. Jetzt müssen wir doch langsam wieder Verbindung bekommen, urmelt er fassungslos. Leider liegt Prinz Hinlei mit dieser Annahme falsch. Harold hat den guten alten Wiesplei von seinen besten Spezialisten sabotieren lassen. Schon direkt beim ersten Zusammentreffen im Orbit des Treeway, hat er dann immer die Telekommunikationsanlage seines Gegners kaltgestellt. Jegliche externe Verbindung ist seither unmöglich. Harold von Westart hat somit seine Tauglichkeit bewiesen auf äußerst clevere Art und Weise hat er einen Kontrahenten ausgeschaltet. Du bist allein in Dippsparze, junger Prinz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.